was in dieser folge geschehen wird auch ein weggeballert hinter mir ist einer hat mich morgen gemacht eine daumen gemacht den nächsten geballert so mein lieben freunde heute haben wir ein kleines spezial und zwar spiel heute arena champion division wir haben über 6000 punkte das heißt wir sind in der champion liga das heißt die gegner sind da auch ein bisschen besser ich will heute mit weh nur liebe freunde wenn wir mal abchecken mega dass der controller spieler und guter kollege von mir ja wir haben heute auf jeden fall gut rasiert würde ich schon behaupten ihr werdet den nächsten videos öfters arena sehen deswegen lassen like da wenn ihr mehr arena champion division blablabla was auch immer sehen wollt ich bin eigentlich trotzdem relativ lustig aggressiv gegen ende dann ein bisschen schlauer sag ich mal und sicherer aber werden auch freunde der aggressive hase bleibt erhalten viel spaß über die video kräfte kräfte mal let's go okay schalke boi sagst du okay komm okay guten morgen wir müssen baba landung machen bevor die augen machen ich glaube ich habe auch eine mörder landung wir müssen gucken wenn auf dem turm der ar ist na das ist das beste dann kannst du die weg lasern die kiste nehmen oder generell auf andere mal schauen als hat so eine kopf sache ich bin ein bisschen zu hoch aber gucken wir was hier liegt ich nehme die farmers hat hat alle penas oder gesteppt er ist der grunde gesteppt er hat den schlaugen hasen gemacht ja ich habe einen one gemacht er sind mein feld beim basketball ich habe zwei wochen gemacht zwei leute und wollen andere dann wenn sie noch ich habe noch ein paar morgen gemacht die sind auch hier am start der öffentlich ding ist diese frau holen der sky girl ist was auch sie können auch über uns kaputt machen darfst du auch nicht vergessen das direkt hier also direkt ist davon alle weg ballern dann gut für kinder pass auf sie wollen kommen wenn die sich trauen ja können wir machen wir gar nicht ich habe kein volumen damit weiter 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 ein bisschen einer ist wirklich schon einer ist dauernd ich mache dazu alles cool weil dann nimm die tag wenn du willst wir einfach jedes mal stark überlegen ja ist aber echt so ja wirklich von jetzt acht malen offiziell sieben mal überlebt das ist krank egal wie viele gegner dort waren auf der zehn waren 20 waren acht waren aber aber wo überleben müssen die sorgen kommen dass wir unser boot nehmen ich werde angeschossen welche richtung weißt du genau vor mir genau ich bin schon am feiten müssen jetzt umregen ja komm aus prinzip jetzt 36 37 das war das war ganz dumm von den also was er verlot hat oh mein gott derzeit ist der fische damit kannst du wenigstens warte ich kann ich kann ich kann ihre mann alter was ich mal habe ich auch gesehen okay wusste dann ist ein deckung irgendwo ja er ist aber noch wir sind noch er hat 26 erscheinen 37 30er hast du absolut krank aber auch ist auch böse er hat ein bieger oder so noch das war viele bieger am start er hat eine bauwärts ernähren ist drei bieger und du willst kannst du mitnehmen ich hab drei ich denke hier vielleicht irgendwo hatte ich genau hier und du bist nicht schreckt wenn du dann mal klar hast du eine gechillte runde musst du geben ja ehrlich ist ziemlich gechillte wenn das gleich dazu stoßen aus dem nicht mehr so viele reger ich habe sicht auf ein wir machen schon ernst 28 leider nur jetzt ich kann sowieso nachkommen da sind echt viele reger scheiße ich habe gemacht er hat den kill bekommen rein 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 ja wir sind absolut rein digger das machen wir schon aggressiv hier das abgehauen mit tramper wir brauchen das tramper wo ist das der kleine kopfte ich habe keine armon ist mir aufgefallen wie soll ich jetzt weg lesern ohne armon kann sein dass ich vielleicht gelasert werde am besten kommen sie direkt zu mir auch getrampt hier zum lagerfeuer Oh mein Gott, ich habe Bogen der Vergeltung abbekommen Der war heftig Der war böse Ich habe weniger, glaube ich Carlos, lass mich nicht ran, wir können ihn abfangen, oder? Bro, er lasert mich fast 2, der ist 1 Achso, sauber, sauber Ich gehe erstmal healen Schaut an mich, werde den hier enttangen 29er noch Wie viele Minis liegen da noch? Da liegen noch welche, 6 Stück Drop mir ein Wiggy, drop mir ein Wiggy, schnell Er hat kein Schild mehr, glaube ich Ah ne, ist vor kein Schild Der Auge ist so krank, ist da drin jetzt Okay, ich meine Das können wir gleich simulieren Das Ding ist auf 1%, ich habe ihm 120 Schaden gegeben Lass pushen, komm So, ich kann nicht einfach so pushen Ja, okay, chill Ich habe ein Jump-Head Ich habe ein Jump-Head, aber ich kann es nicht jetzt nutzen Das ist dumm Ja, da gibt es die Slep-Wässer Der ist unten Hier ist es, der kommt hier für Der hat da 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 Ich Jump-Headed Machst du? Ich Jump-Headed Ich Jump-Headed Alter, guck mal wo die Zone ist Ich bin bei denen, oder nicht? Ich muss hier hoch auf die Nice, wir haben uns gute Position gesehen Easy Guck mal da hinten bei diesen Rigs und so Da geht es auch ab, ne? Süß Sehr süß auf jeden Fall Mach ein Abgestoppt hier Sauber, sauber, sauber Noch ein, noch ein Oh mein Gott, der ist gar nicht schlecht, Bro Mach weiter, mach weiter Pressure, Pressure 27 Mach weiter, mach weiter 1, 1, 1, 1 Auf jeden Fall Okay Ah, er liebt noch, er liebt noch Ah, er wollte von den anderen geholt, Digga Eklig Scheiße Lass die mir dafür holen Boah, die Runde ist so albern, Digga Wir können ja warten, bis die Trampen Dann können wir die einfach so weglasern Die werden ja locker Trampen Die nehmen einfach Loot-Drop, Digga Nicht schlecht Okay Hä? Ich hab keine Mets, oder was? Die bei unten bauen schon weiter, ne? Ja, lass sie weiterbauen, harter Fass, Wayne Wir bauen dann gleich auf die einfach rauf Dann will ich es für Mets ballern Lass mal gucken, dass die anderen, äh, Dinge Zwischen die anderen Trampen Das sie weglasern zusammen, okay? Guck, die Tramp gerade hier, oben Ja, warte, ich hab einen gleich Ja Ab einen Ich hab einen hunderter Schaden Und den anderen auch hunderter Schaden Okay Die nächsten, die Trampen Eine, eine Tramp Down, down Okay, und jetzt, wie gesagt, beide Komm, wir sollten den jetzt vielleicht pushen Ich weiß nicht, aber, ne, die sind ja zusammen wieder Ja, lass es ein bisschen droppen Lass es ein bisschen droppen Und über die Trampen Hm Also wir sind auf jeden Fall sehr überlegen gerade Mhm Er weint, er weint Er hat fast keinen Schild mehr, er weint Der hier Okay, klar Ey, der mit Boombo is one One Wirklich, I'm one 120 Schaden 160 Schaden oder so Chill, chill, chill Nicht gierig, man Chill Nein, ich kann ja nicht, aber Aber wir können den pushen Wir können den pushen, Bro Ich weiß nicht Entspann dich, chill Wir wollen es gewinnen Okay Ah Pass auf, über uns fliegen welche Lass sie lasern Äh, one, one, one Ah, ich hab, ich hab diese Darkskin Oh, die Sonne ist echt Wir müssen das Jumphead nehmen Schaffen wir das noch? Ne Egal Bleib so wild Hier baut einer Ich hab Nein Du hast meine Waffe Verzeih, verzeih, verzeih Pass auf, Bro Ich hör dir die Waffe Einer, einer, one Mein Bloom ist so heftig Ich lass nicht mehr treffe Okay, nice Ich hab die Gardinen bekommen Nice Ich hab auch einen weggeballert Hinter mir ist einer Er hat mich wrong gemacht Boah, ich hab keine Mads mehr Wo ist er? Okay, nice Hab ihn Ich brauch seine Mads Okay, nice, nice Ich hab wieder viele Mads Der kleine Kufi, Digga Sag mal nicht nerven Wenn er sich noch einmal zeigt, Digga Dann meint er Ja, einer ist one Sehr schön Einer ist nochmal Baba jetzt Ich schieb mich kurz, Bro Einer ist da Einer ist Weakness Und den anderen 360 Den anderen 360 Den anderen 360, Bro Digga, der letzte hab ich 360 geben Einfach auf entspannt, Digga Ich hab nur 6, aber auf süße Kills Wie viel hast du? Ich hatte 10, Bro Das kann man nicht eigentlich Baba, Digga Baba Ich hab den letzten so ein clean 360 gegeben Aber so clean, ne? Einfach 360 auf süß Heftig Digga Ich wollte euch sagen, ja, ihr könnt keinen Dingster spielen Junge, erste Runde Champion Wir waren komplett uneingespielt Ado hochgenommen Ich lande einfach oben Ding ins Spitze Ich lass Spitze Okay, okay, Bro Sag mir, wo du bist, ich komm sofort Ich bin bei den, äh, bei den Dingster Bei den Fässer Ich hab einen down gemacht Bist du, Bro? Ich suche den einen Ich will einen vernichten Wenn ich gedownt habe Komm, komm, komm Komm Folg mir, folg mir Hier Eine, eine, eine One Scheiße, ich hab einen Kill gebraucht Ah, verzeih mir, Bro Ey, die sind direkt in den Soran Komm, komm, komm Komm Komm, push Ja, ja Ey, hinter uns Hinkommen Mann Der macht auf, der macht auf Das war ja dumm Ey, wir klären das sofort Nimm die Minis Wir steppen sofort weiter Wir klären das, die kleinen Goos Sind entkommen mit dem Grab, Leute Das gefällt mir gar nicht Die kommen, die kommen, die kommen Die kommen Ja, ich brauch ein bisschen Zeit noch Der Rocket Launcher Der Rocket Launcher Okay Der Rocket Launcher Ich pass auf, ich pass auf Warum ist aufpassen, du musst aufpassen Ich meine, das rede ich jetzt Bro, wir müssen hier eigentlich raus Oh, er hat mich heftig gehittet Ich ziehe dich zurück, ich steck dich Da geht sogar auf Range, er macht richtig schlau Weg, weg, weg mit dem Ding Pass auf, pass auf Wir müssen hier weg Bro, der wird einfach andere wartet auf der anderen Seite safe Der andere wartet auf der anderen Seite safe Oh, einer schießt auf MPG, der andere schießt oder nicht? Nein, das ist der eine und selbe Person, ja Dann lass sie raus und ihn pushen Bro, pass auf, pass auf, pass auf Er hat kein Schild Geh weiter Er haut ab, er haut ab Schnell weiter, 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 weiter Laser, 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 laser Ja, wo ist er, wo ist er? Ich weiß nicht Er ist hochgestabt wahrscheinlich Ich gebe gerade das Madkit Digga, wenn wir den bekommen Er ist white, white, white 40 Schaden Komm 60 HP Max Okay, komm Er gibt sich Ding jetzt Er tot, er hat wieder 100 Er hat wieder 100 Wir ballern ihn weg No Humo 1, 1, 1 Ja, ich hatte dich Digga, er hat meine Sensi ausgenutzt, der dreckige So, warte Ey, er lästert auf mich Ich sehe nicht mal Da Er ist hier, Bro Ich hab kein Green Life, ne Und so, er ist echt weit weg Okay, dann geh ich schon mal los Ich verstehe, ich brauch den Kill So, lass wegsteppen Nimm mit Naja Nonst kannst du Dinge Ähm, beende ich versuche mitnehmen, Bro Nonst nehme ich das Madkit Weil ich hab schon eine Madkit Gib mir hier Hier Soll ich das Madkit nehmen? Komm, nimm mir das her Ich bereite das schon mal hier vor Lad das schon mal auf Spaß, komm Komm Okay, wir müssen sofort zur Zone, Digga Wir haben jetzt einen richtigen Zone-Struggle wieder Einser-Tick nur, ne Okay, alles cool Ja, ich dropp dir Hab sie gedroppt Ich schaue es dir Ja, alles hier, alles cool Wir haben nicht mehr so viel Zeit, Digga Ich würde mir das einfach in der Zone gehen Gib mir uns einfach noch Na, gucken wir einfach Ich hab jetzt nicht mal eine Pump, ne Alle Kills mit MP gemacht Ich hab alle Kills mit MP gemacht So, so, so Du kannst immer noch einen Shot Gegner hier Gegner hier mit Boot Wir haben uns gesehen Echt Nein, haben die nicht Jetzt hab ich ihn Gib mir mal Ah, ich brauch keinen Shot, alles cool Ich gebe dir mit, ich gebe dir mit Ja, ich gebe schon gerade Ich werde genau perfekt den catchen Die sind ja beim Lagerfeuer noch in der Nähe Die haben mich gespottet, andere Ich glaub, das ist neu Die sind hier Hat ein Bug, ich muss es schießen Ja, ja Gib mal einen Shot, wenn du kannst Oder gib dir selber einen Shot Einer schwimmt auf jeden Fall 44er Hit ohne How to aim Er hat 48 damit Eine andere 22er Hit Die Waffe ist so schwach Ich weine, Digger Bro, lass es rotaten Ja, die Zone ist Oh mein Gott, die Zone Bro, wir werden es vielleicht nicht überleben Weil Risky sind Gegner, damit du Bescheid weißt, ne Die kommen auch gerade Richtung Zone Auch da ist jemand, da ist jemand Ich hab den da Der läuft da gerade lang Ja, auf dem Ding ins Gebäude Von Frenzy Ah, er schaut an mich, schaut an mich Komm her Von wo, von wo Close, close the Zone, hier direkt Okay, okay, okay Er ist tot, tot, tot Wurde weggeballert Ich sag's ja, einer kam von Dingens Frenzy Kam er gerade in die Zone rennen Das heißt, er ist rechts von uns Direkt rechts von uns Geh auf das Dach hier rauf Er müsste im Feld sein Und einer ist dort Hab ich gerade gesehen Boah, Dach ist keine gute Idee Guck genau deswegen Ich hab perfekt gebaut Geh weg, geh weg Ich überleg gerade Wo sollen wir hin Gleich Richtung Zone, ne Komm Lass direkt reduzieren, Digga Zone ist Ich hab hier drinnen Ich hab kaum mehr Ja, mach das Oh mein Gott Er hat nicht schlechten Move gemacht Sollen wir grieven? Ja, lass grieven Aber lass sowas und grieven Das wird so ein dreckiger Oh, ich weiß, ob das schlau ist Ah, da ist einer Dicke Hits Er ist down Ja, der ist 1, 1, 1 Ja, der ist wirklich 1 Er hat so einen Ehrenmann gemacht Naja, ich liebe ihn dafür Aber trotzdem Die sind halt eklig Was soll man machen? Er hat ehren Move gemacht Muss man trotzdem sagen Absoluter Ehrenmann Ah, schade, Digga Ich hab hier auf jeden Fall Ja, man rollt mich snipen Aber abholt der zu seinem Movement Der ist in dieser Hütte Das klang so Es hat ja die Blacks gar, Digga Egal, komm Hier, mit dem Nein, nein, komm mit der Strömung Komm mit der Strömung Ja, ich bin hier auf safe Alles cool Aber ich bin koordiniert, Digga Da muss er aufpassen Die machen so eine Double-Sniper-Politik Und sowas bestimmt Pass auf Rockert dagegen uns Nee, ne Aber es sind mehr Leute am Leben Als auf jeden Fall letzte Runde, ne Endgame Kein Grappler Keine Ja, das ist schon kritisch Auf jeden Fall Gegner sind absolut über uns im High Einer ist direkt auf den Boden, Digga Loll Ey, Gegner, irgendwie in der Luft Kein Aim ist es Ja, ich hab gar nichts Das ist 22er Schaden auf süß Wir müssen gleich rotieren Bro, komm, komm, komm Checken grad nicht Lass unter der Brücke Pass auf, wir könnten immer mit Rockerlauncher Sprayt werden, ne Pass auf, die können auch mal Ja, die können Rockerlauncher Barrett machen Die haben viele Tricks auf Lager Mittlerweile Gegner, Klaus, du hast Direkt neben uns Ist einer, lass ihn pushen Bro, du hast keine Treppen Oh, verzeih mir Aber ich merk, ich hab keinen Moon mehr Hab keinen AR Moon mehr Ja, das ist halt echt belastend grade Wir müssen, wir müssen all in gehen eigentlich Und die pushen hier Wir haben den Start Warte, chill, FPG Nicht auf uns Ja, okay Komm, warte Lass erstmal Klosen Hier, hier Pass auf, wegen ARP Weiter gesteppt Pass auf, Schatz, Schatz Pass auf, es kommen noch weitere, komm Komm her, komm her Komm her, komm her Einer tot Richtig Richtig Schnell, 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 schnell Schatz Pass auf, schaut's anders, ne? Ne, alles cool Okay Nimm direkt Minis in so ein Kram Ich hab auch, äh, ne Mad Kid Weil wir haben nicht so viel Zeit Was brauchen wir für ein Late Game Ich bin da dort Ja Komm, lass das hier nehmen Ja, ich lasse hier hin S1 Lass direkt rüber trampen Trampen? Du hast ein Trampen? Ja, ja, ne, hier war eine Geplay Ah, egal, ich bleib bei dir Alles cool Nein, alles Ich geh mit der Stürmung Ich geh mit der Stürmung Und ich bau da unten weiter Wo die auch schon gebaut haben Hier Komm, Bro Oh, moin, na Da sind Gegner Wollen wir lasern? Komm, komm 3, 2, 1 66 Pass auf, was wir nicht gesniped werden Ja Pass auf, die können snipen Nochmal, komm Nein, tsch, 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 tsch Nicht einfach machen Okay, pass auf, pass auf, sie machen Auge Die machen Auge Gegner über uns Die Gegner über uns Ich höre die absolut laut, Digga Okay, check Die Zone ist direkt bei uns Wir sollten Highground taken Komm Lass mal hier Highground Ich hab Highground Gold Komplett High Gegner Gegner trampen Ja, down, sauber Einer ist direkt bei mir On mit Close Aber alles easy Ich hoch High Digga, der hat mich Ja, ne, ich weiß Bin ich neben dir Ich bin ich neben dir Bleib mal neben mir Hier Kapi Sauber Oh, wichtig, wichtig, wichtig Trampo, trampo Geh mal runter Miniguntyp is weak Okay Einer nochmal 60er Schaden Oh, verzeih mir Ja, nochmal 66er Schaden Down, down, down Komplett down Ja, down nochmal einer Sehr schön Hier unten auch noch welche Oh, come on, man Ich versuche Highground zu taken Wir dürfen die nicht lassen Alles easy, alles easy Ich lasern die weg Ja Er hat FC6 64 Schaden Okay Er ist runtergefahren Ich hab ihn zum Beschossen Geschossen gebracht Der scheiß Baum nervt, Digga Der fuckt mich gut ab, Digga Moin, Digga Pass auf, einer holt High Scheiße, mit dir im High Einer Daumen gemacht Der Nächsten geballert Na, Romo Sehr schön Der Nächsten nochmal Daumen gemacht Der Nächsten nochmal weggeballert 2, 2, 1 Okay, easy, easy, easy Ja, bro, zweimal hintereinander, Digga Zweimal hintereinander, Digga Auf, entspannt, Digga Zweimal hintereinander, gewonnen Auf, süß, Digga Auf, dezent, Digga Auf, entspannt 11 Kills, ich hatte 11 Kills 21 Kills Auf, süß, Digga Auf, Champion, Hase, Digga Auf, entspannten Schwest, Digga Wie ein Monster Zweite Runde, direkt wieder Digga, man sagt Das nächste Win Direkt rein hintereinander, komm 12 Kills, Digga Vielen Dank.